meine hobby ist altfranzösisch und der titel dieses podcast ist altfranzösisch ich lese manuel la france de la revolution es ist dieses buch und ich bin angekommen auf seite 4 le gouvernement und ich lese den ganzen absatz vor mir la centralisation unatik seurte a l'absence d'unité la france dira mirabeau n'est qu'un agrégat unconstitué de peuple des unis partout die barriere partout die privilégie und traf autorität so das ist relativ heftig ist französisch die zentrale la centralisation zu stößt sich kann man übersetzen aber heißt eigentlich fickt sich selbst aber die monarchische zentralisation fickt sich selbst weil es keine einigkeit gibt so kann man das übersetzen ich würde so übersetzen la france dira mirabeau n'est qu'un agrégat unconstitué de peuple des unis frankreich sagte mirabeau ist nichts als agrégat unconstitué heißt haufen uneinheitliche gehäckselte scheiße de peuple diese von uneinigen von uneinigem volk oder agrégat unconstitué ja nicht greifbaren in einem nicht greifbaren zustand von menschen die sich nicht einig sind gehäckselte scheiße auf deutsch kommt am nächsten dran ist wie gesagt es relativ heftiges französisch partout des barrières partout des privilégies überall grenzen überall privilegien die die autorität des königs unterwandern und damit ist dieser abschnitt beendet und ich kann dann dem nächsten abschnitt weitermachen tschüss